hey hallo und herzlich willkommen zu einer neuen minecraft speed challenge die letzte speed challenge ist millionen von jahren her deswegen dachte ich ist es mal wieder zeit eine neue zu machen ich habe mir dieses mal überlegt dass wir sie tatsächlich mit einem mit einer modded version von minecraft spielen ich nenne sie gourmet und es wird sich wieder um ganz viel essen handeln denn essen ist wohl das beste ever und das normale standard minecraft hat auch so diverse neue food items seit der letzten food challenge die wir mal gespielt haben vor wie ja gesagt einer milliarde jahren und jetzt habe ich noch dazu gemacht dass wir das in life in the woods spielen renaissance dort gibt es nämlich ungefähr sieben milliarden komma fünf food items die man dort machen kann und ich möchte jetzt versuchen jetzt erkläre ich euch die challenge noch mal falls ihr das noch nicht kennt ich möchte versuchen innerhalb von 30 minuten so viele food items wie möglich zu kraften muss ich selber herstellen muss ich selber zubereiten kochen backen braten wie auch immer und das mache ich in einer hardcore welt die ich jetzt hier live vor euren augen vorbereitet wie ich bin kreiere building terrain das heißt es wird wahrscheinlich ein bisschen hier und da ruckeln wumpeln in der welt es sind ja nun wirklich milliarden von items hier drin deswegen befürchte ich böses so jetzt können wir hier mal gucken Es gibt unter anderem Pam's Harvest Craft und da sehen wir super viele Food Items, die man kreieren kann. Hier sehe ich die Rezepte, das ist natürlich auch sehr gut. Die habe ich nicht alle im Kopf. Das könnt ihr halten, wer wollt, ob ihr das mit Rezepten machen wollt oder nicht. Chili, Schokolade, Burger, Sandwiches. Du kannst ja wirklich sämtliche Sachen kochen. Und davon gilt es, so viele wie möglich herzustellen. Und zwar in 30 Minuten. Die Challenge beginnt jetzt. Die Challenge wäre fast beendet gewesen. Oh Gott, ich habe ja einen Super Spawn. Das ist ein Träumchen. Ach, ist das schön. Huch, guck mal. Direkt hier an einem Schießmichtod. Was ist das denn überhaupt? Canyon Ravine. Na, wer braucht denn sowas? Vielleicht sollte man die Challenge um 30 Minuten verlängern. Woodland Pinkroot. Ja, es ist in Life in the Woods so, dass... Ach, guck mal. Hier die diversen Früchte-Items, Gemüse-Items, wie auch immer, in kleinen Gärten zu finden sind. Das sind einfache Blocktypen, wie zum Beispiel dieses Sword Fern. Das haut man dann kaputt und da poppen dann ganz viele Früchte, Gemüse, Schießmichtod, Samen heraus. Und über die Art und Weise kommen wir dann halt an diese ganzen vegetarischen Früchte, vegetarischen Food-Items wollte ich sagen. Und stattdessen habe ich Früchte gesagt, weil ich schon wieder völlig einen Tunnelblick vor mir habe. Ich muss mir jetzt zunächst erstmal eine Werkbank bauen und ein paar Sticks gleich dazu, denn ich brauche definitiv ganz viel Stein. Und ich brauche definitiv das Salz, was dort zu finden ist. Das sehen wir da jetzt schon. Das da. Das nehme ich als allererstes mit. Ich bin mit Life in the Woods nicht ganz so vertraut. Ich habe es jetzt eine Weile gespielt. Hauptsächlich habe ich mich auch auf die Food-Items konzentriert. Das allerdings nicht mit Hinblick auf diese Challenge hier. Fuck, was mache ich denn jetzt? Geh doch mal weg. Du bist scheiße. Ich kann dich doch nicht mit der Holzsachs kaputt hauen. Doch, kann ich. Und ich habe ein Spinnenauge gekriegt. Zählt das eigentlich als Food-Item? Ach, guck mal hier. Da ist ein Ground Garden. Das sind die Dinger, die ich vorhin versucht habe zu erzählen. Zu beschreiben, wohl eher. Das sind irgendwelche Gärtleien, die hier überall herumstehen. Kann ich denn mit diesen Dingen eigentlich auch Spitzhacken und sowas bauen? Wie gesagt, das war eigentlich der Grund, warum ich anfing euch zu erzählen, dass ich null Ahnung habe von Life in the Woods. Kann ich tatsächlich. Gut, sehr schön. Dann upgraden wir gleich mal. Ich brauche ein paar mehr Sticks vermutlich. Das ist ja bei jeder Speed-Channel so, dass man sich am Anfang traurig aber war, ausrüsten muss. Normalerweise gehört zum Ausrüsten dazu, dass man sich eine Rüstung holt. Aber es gehört auch dazu, dass man... Ähm... Äh, 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 wie heißt das? Dingens. Moment, ich mache gerade mal den Sound ein bisschen lauter. Ich mache auch mal ein bisschen Musik an. Wenn ich mir Minecraft spiele, dann ist das alles total leise. Und das fiel mir gar nicht auf, dass ihr gar nichts hört. Ne? Äh, was wollte ich denn eigentlich sagen? Habe ich vergessen? Quality Commentary. Wie immer. Seid ihr nicht anders gewohnt? So. Wenn man sich ausrüstet normalerweise in Minecraft, gehört eine Rüstung dazu. Und es gehört eigentlich auch ganz viel Essen dazu. Aber eigentlich geht es ja darum, die Essen-Items hier zu sammeln, damit wir am Ende einen hohen Punktestand haben. So, auch diesen Satz habe ich erfolgreich beendet. Ich hole mir noch ein bisschen... Das sind Berries. Ein bisschen Holz. Holz brauche ich nachher zum... Dingsen. Das ist ein Huckleberry. Weiß ich nicht. Da waren aber keine Beeren dran, oder? Ne. Scheiße. Ähm. Was wollte ich denn sagen? Holz brauche ich nachher auch zum Dings herstellen. Man, man, man. Man braucht ja hier, um diese... Kumbibärchen! Ja. Zum Beispiel. Eine Saucepan. Da braucht man auch einen Stick für. Seid ich das richtig? Oder... Ja, genau. Ein Stick da. Also ich brauche auch hier, um meine Cooking-Items, mit denen ich dann nachher kochen kann, herstellen zu können, brauche ich auch Holz. So, schöner Satz! Zum Glück seid ihr nicht hier, um meine Sätze irgendwie zu bewerten, sondern um zu sehen, wie viele Punkte ich in dieser Challenge hier holen werde. Und da geht es natürlich auch darum, so viele... Was ist das denn? Bäh. So viele Tiere wie möglich zu schlachten. Sind gepixelte Tiere, von daher kein Problem. Das geht auch ganz schnell, die merken das gar nicht. Guck mal. Zack, weg! Natürlich ist es nicht schlecht, wenn man Kühe in der Nähe hat. Mit Kühen kann man Milch produzieren. Und mit dieser Milch unter anderem Teig und Nudeln und was weiß ich nicht noch alles. Grass Garden. Hier ist wieder so ein Garten. Und da finde ich wieder Zutaten drin. Da ist auch noch einer. Das ist ein Ground Garden. Das Doofe ist halt, es gibt so unfassbar viele Items, dass ich gleich das ganze Inventar damit voll haben werde. Das ist aber soweit gar nicht erstmal schlecht. Ich muss mich dann halt nur darauf einigen, wo ich mich niederlasse. Ich muss irgendwo eine... Muss ich mich niederlassen und Kisten bauen und so. Und meine ganzen Items da drin sammeln. Ich weiß nicht, wie geil es ist. Das ist so ein Dschungel hier oder sowas, ne? Wie geil es ist, sich hier niederzulassen. Ich glaube, es ist nicht so geil. Immerhin gibt es hier Melonen. Und ich möchte nicht nur die Items, die ich hier herumstehen finde. Als Punkte werten. Sondern ich möchte natürlich auch nachher welche selber herstellen. Wird das schon Nacht oder ist hier einfach nur der Himmel komisch? Ich glaube, hier ist einfach nur der Himmel komisch. Noch habe ich Platz im Inventar. Hier sind auch viele spezielle Items. Ich meine, normalerweise hat man Melonen und Kürbisse und was war das jetzt hier? Kakaobohnen? Habe ich die nicht eingesammelt? Doch, da. Die hat man normalerweise noch nicht im Inventar. Das habt ihr auch gehört, ne? Ich wünschte, ich hätte es nicht gehört. Ich weiß nämlich nicht, was das war. Schweinchen! Die müssen leider auch gehen. Das hier ist Life in the Woods Renaissance. Das heißt, es gibt auch hier in diesem Spiel die Möglichkeit, alles auf vegetarische Art und Weise zu spielen. Da wir das jetzt aber hier tatsächlich nur der Punkte wegen machen, ist das hoffentlich egal. Da macht das hoffentlich nichts, wenn wir hier auch ein virtuelles Tier mitnehmen. Ein Bett wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, aber man darf ja gar nicht die Nacht skippen. Das ist ja auch eine der Regeln. Wer die Speed Challenges von früher noch kennt, der weiß das natürlich. Wer die nicht kennt, dem habe ich jetzt diese Information völlig vorenthalten. Das tut mir leid. Aber es ist ja nicht so weit gekommen. Jetzt nehme ich mal hier noch so ein bisschen Salz mit. Ich nehme mir auch noch mal ein bisschen Kohle mit, weil kochen werde ich eine ganze Menge müssen. Sieben Minuten habe ich gespielt bisher, sagt mir mein Timer. Bin ich mal gespannt. Ich weiß auch gar nicht. Mann, geh doch mal weg, du Kackschaf. Inwiefern ich mich dann irgendwann mal hier hinsetzen sollte, um anzufangen, um mich niederzulassen. Ich habe diese Challenge tatsächlich vorher nicht geübt oder mich großartig da informiert. Ich dachte nur, versuchst du es mal, weil bei so wahnsinnig vielen Items... Nein, fuck! Bin ich hier im Quicksand drin. So, noch mal. Bei so vielen Items habe ich mir gedacht, mach es einfach mal. Da kann dir nur ein gutes Ball rauskommen. Was, 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 was? Wir haben hier Persimonen. Normalerweise baut man die nicht so ab, weil der Baum danach dann keine Früchte mehr trägt. Das ist auch noch mal ein Ground Garden oder sowas. Aber das soll jetzt hier erstmal egal sein. Komm, können wir wenigstens einen von den Dingern haben. Oh mein Gott. Eins soll reichen. Dann ist das ein Punkt mehr. Es ist wahnsinnig still. In dem Spiel. Das habe ich irgendwie lauter in der Runde. Wow, was hier alles rum steht. So, und nicht nur habe ich mich nicht vorbereitet und hier die besten Taktiken mir ausgesucht oder die besten, ja, Wege, die man vielleicht gehen sollte, herausgesucht. Ich habe auch, wie zuvor schon mehrere Male erwähnt, nicht die größte Ahnung von diesem Modpack hier. Das ist leider so. Und mit dem wenigen Wissen, das ich habe, versuche ich jetzt hier eine Challenge aufzubauen. Und ich vermute mal, dass das gar nicht so schwer sein kann. Guck mal, da sind Pferde. Geben die irgendwie Pferde? Ich sage nicht. Da ist ein Dorf. Oh, das kann sehr gut sein. Das kann natürlich sehr gut sein. Da sprinten wir sofort hin. Die Zeit nehmen wir uns. Im Dorf gibt es wahnsinnig viele Dingensbummens. Oh, ich hänge im Bambus. Hier so angebaute Felder und sowas. Ich müsste dann auch demnächst mal was essen. Ich verhungere nämlich gleich. Orientieren ins Wasser traue ich mich auch nicht. Da sind ja wahnsinnig viele Monster unterwegs. Ich muss ein bisschen was essen hier. Ein rohes Fleisch. Bringt natürlich gar nichts. Es ist nicht wie in Vanilla Minecraft, dass die Food-Items dann irgendwie drei, vier Hungerbalken zurückgeben. Stattdessen sind das dann irgendwie mal nur ein halber pro Food-Item. Das ist echt wenig. Aber wie erwähnt, es gibt ja auch Milliarden von Food-Items hier. Und die sind recht leicht anzubauen. Die sind recht leicht zu verarbeiten. Das heißt, man kann schnell viel und gut hier Essen produzieren. Da sehen wir es auch schon. Hier sind die ganzen Farben. Auf die freue ich mich. Und hier werde ich mich auch niederlassen und dann die ersten Items mal kreieren. Aber ich muss hier mal hoch irgendwie. Was ist das denn hier? Ein Dorf im Wasser? Wir haben Kartoffeln. Wir haben Weizen. Das da drüben ist irgendwie Barley oder so ein Gedöns. Da baue ich mir eben schnell einen Weg drüber. Muss reichen. Moin. Das sind Oats. Also Hafer, glaube ich. Artichocken. Nochmal Oats. Was ist denn hier los? Das nützt mir gar nichts. Ach, das ist Reis. Okay, Reis backt so ein bisschen rum hier. In der Mordversion. Das heißt, Reis muss leider ausscheiden. Äh, klingt komisch. Und Cantalupe. Weiß der Geier, was Cantalupe ist. Wow. Ich sollte mal wieder definitiv eine Parcours-Map spielen oder sowas. Da hole ich, glaube ich, alles kaputt. Ich dachte, ich kann hier mal so einen Villager anquatschen. Gucken, was die so traden. Oh, super. Shears. Mal gucken, ob hier hinten noch Farmen sind. Die haben ja meistens überall ihre Farmen versteckt. Sieht leider nicht danach aus. Es ist keine große Ausbeute. Aber tatsächlich besser als nichts. Ich würde trotzdem noch mal gerne gucken, ob es hier irgendwo... Ah, da hinten ist eine Schmiede, ne? Da gibt es ja noch mal geschenkte Items. Und ich habe jetzt, glaube ich, die letzten zwei, drei Minuten damit verbracht, hier dieses Dorf anzuschwimmen. Und leider nicht damit, mir Items für meine Challenge hier zusammen zu sammeln. Aber immerhin gibt es hier tatsächlich eine Schmiede. Oh, shit. Ja, muss jetzt leider so sein. Zack, boom, bam. Hier ist ein Ofen. Ich brauche mir nicht mal einen Ofen bauen. Sehr schön. Ah, Mann, du Bitch. Oh, und hier ist genug Eisen und Flippers. Brot. Brot brauche ich mir dann nicht mal selber kochen. Ich nehme definitiv die. Oh, halben Herzenfahrt gekriegt. Ja, das braucht auch kein Mensch. Shellflower. Was ist das denn? Sea Oats. Weiß ich nicht, was man damit machen kann. Das kann weg. Und die Zombies, die machen wir schon wieder Panik hier. Spider Eye zählt tatsächlich auch als ein Essence-Item. Das ist sehr gut. Ich muss mich mal eben anders hinsetzen. 13 Minuten schon in der Challenge. Das ist gut die Hälfte. Knurz, knurz, knurz. Ich sollte... Mann, bist du eigentlich bescheuert, du? Geh doch mal von den Tischen hier runter. So schlimm ist das Ganze nun auch nicht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da wirst du ja bescheuert, wirst du da ja. Das heißt, wir kochen Schweinefleisch. Eins reicht. Wir kochen... Dingsfleisch. Beef. Und ich muss mir mal irgendwo eine Kiste basteln. Holz müsste ich dafür noch haben. Bam, bam, bam. Ich meine, da drin steht eine Kiste. Aber ich möchte jetzt gerne hier eine Kiste haben mit den Food-Items, die ich produziere. Jetzt habe ich von denen natürlich immer nur jeweils eins. Das ist richtig, richtig schlecht. Morsel habe ich auch noch. Das ist leider richtig, richtig schlecht. Weil ich die jetzt zum Herstellen von weiteren Food-Items eigentlich benutzen möchte. So, jetzt habe ich das erstmal so ein bisschen sortiert. Das kann auch nochmal da rein. Das Brot ist sehr gut. Aus Brot können wir Toastbrot machen und dann können wir jeweils, wenn ich dafür Items habe... Oh, fuck. Habt ihr jetzt meinen Villager kaputt gemacht? Ja, der war eh scheiße. Das ist der hier, ne? Das hast du jetzt davon, weil du scheiße bist. So, Monster Hunter immerhin noch ein Achievement gekriegt. Ich muss selber jetzt eben mal was essen. Das muss ich... Ähm... B... 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 Porkchop? Wo ist denn mein Porkchop hin? Ach, da hinten. Mann! Es gibt immerhin eine Food-Keule zurück. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Aspekt dieser Challenge hier, dass man auf sein Essen, auf seinen eigenen Hunger achten muss. Und jetzt habe ich tatsächlich die Hälfte der Challenge-Zeit verbraucht und bis jetzt wirklich noch nicht viel geschafft. Wie ziehe ich denn die an? So, jetzt habe ich Flippers an. Heißt das, ich kann jetzt ja besser durchs Wasser schwimmen? Glaube ja. Gut, das ist ja schon mal eine Hilfe. Ähm... Ein Skelett wäre immer noch nicht schlecht, aber ich habe Angst, dass ich sterbe. Wenn ich sterbe, ist die Challenge vorbei. Dann können wir das Ganze eh hier vergessen. Braucht man gar nicht weitermachen. Aber ich brauche halt Knochenmehl, ne? Knochenmehl wäre keine schlechte... Keine schlechte Sache. Da ist ein Creeper. Jetzt gehe ich hier nochmal. Da sind auch Entlein. Oh, es tut mir ganz so leid. Quack, quack, quack. Aber das ist ein Food-Item mehr. Ja, geht kaputt. Das hebt mich wirklich nicht besonders viel. In der Hoffnung, hier ist nochmal schnell irgendeinen Garten zu finden. Ein bisschen mehr Holz könnte ich auch nochmal gebrauchen. Ich muss aufpassen, irgendwo da hinten war nochmal ein Creeper. Nicht, dass der sich von hinten anschleicht. Irgendwie so ein Garten nochmal. Hier sind ein paar Huckleberries. Reicht. Mann, wie viele Creeper sind denn hier? Da ist ein Skelett. Scheiße. Ich meine, natürlich ist schon geil, aber das ist lebensgefährlich hier. Ich sollte das vielleicht machen, wenn es hell ist. Dann ist ja auch noch so ein Enderman, der hier rumkrebst. Komm mal her hier. Komm, wir machen einen richtig schönen Chicken Salad. Die Fäder nützen mir gar nichts. Die fähre ich auch noch fast in die Lava gefallen. Okay, ähm, zurück. Zurück? Nein, wir gehen zurück zu unserem Häuslein hier. Hätte ich hier jetzt nicht noch dieses Skelett gesehen? Das hole ich mir auch noch. Knochen sind sehr gut. Damit kann ich nämlich die Crops wachsen lassen. Och, fuck, habe ich nichts gekriegt, ne? Damit hätte ich die Crops wachsen lassen können. Um dann damit was kochen zu können. Jetzt ist halt die Frage, soll ich die... Warum soll ich denn drei Food Items benutzen, um ein Food Item herzustellen? Das ist ja total schwachsinnig, wenn es um die Punkte geht. Deswegen wäre das natürlich nicht schlecht. Nein, 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 komm her. Zack, Gott sei Dank. Da ist noch ein Zombie. Scheiß auf den Zombie. Drei Pfeile. Was will ich denn mit drei Pfeilen? Könnte ich ja schon wieder ausrasten. Aber immerhin auch drei Knochen. Damit lässt sich was anfangen. Damit auch. Willst du denn von mir? So, machen wir unseren Helm. Schuhe haben wir ja an. Nicht essen. Boah, jetzt hätte ich fast die Beeren gegessen. Mann, piss dich weg. Oh, wirst du bescheuert, wirst du da. Eine Kohle habe ich auch. Das wäre echt super. Okay, äh, zack, 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 zack. Das muss alles richtig schnell gehen jetzt hier. Da muss ich halt mit Holz kochen. Ich kann es nicht ändern. Oh, Zombie-Fleisch. Hätte ich ja auch mal früher drauf kommen können. Oh, da habe ich zwei gekriegt. Sehr schön. Dann kann ich nämlich, äh, also man kann jetzt Zombie-Fleisch essen und dann kann ich mir hier so ein Zombie-Jerky machen. Das ist auch noch ein Punkt mehr. Aha. Nice, nice, nice. Ja, genau. Also die Items hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Zucchini-Brot machen möchte, dann brauche ich ein Toastbrot. Da brauche ich Zucchini. Und ich glaube, ich muss auch noch Butter oder sowas herstellen. Das ist natürlich, ähm, ne, ressourcentechnisch sehr aufwendig. Dafür, dass ich dann einen Punkt dafür nur kriege. Sehe ich ja nicht ein. Oh, das ganze Holz ist für noch eine Kiste gebraucht. Aber ihr seht, wie schnell das geht. So, das hier. Kann ich noch irgendwas? Kann man das verbrennen? Salz oder so? Nee, natürlich nicht. Komm, das war der Versuch wert, ne? Äh, so. Jetzt gehen wir mal rüber zu den, zu den Crops. Ach, was ist denn hier noch günstig? Äh, Kiwi. Mh, mh, mh. Curry nicht. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Weiß ich gar nicht. Bambus, Winter Squash. Peanut. Kann ich Peanut Butter draus machen? Äh. Die anderen Items sind auch gar nicht so geil. Die ich da hab. Boah, fast 20 Minuten schon vorbei. Mein Gott, mach doch mal einen Abgang. Weg mit dir. Ich muss da jetzt irgendwie rüberkommen. Mann, das ist aber auch ein Scheißdorf hier. Muss man ja mal so sagen. Na super. Echt gut. Weil ich ja auch so viele Blöcke hab, ne? Quakalupe hier braucht kein Mensch. Oats ist vielleicht nicht schlecht. Da kann ich Mehl draus machen. Warte, ich schocken. Nehmen wir mal eine. Scheiße, eins zu viel. So. Da kann ich Mehl draus machen. Peanut, peanut, peanut wollte ich hier einsetzen. Das macht man dann so. Dann holt man sich diesen Samen. Das selber mach ich mit der Kiwi. Und hier ist schon wieder irgendwo ein Zombie. Die pflanzt man ein. Und natürlich kann man die jetzt wachsen lassen. Aber die Zeit habe ich nicht. Deswegen ich die mit, ähm, Bohnenmehl hier wachsen gelassen haben. Tutentaten. Da ist noch ein bisschen Weizen. Ich weiß gar nicht so genau, was ich mit Weizen alles anstellen kann. Außer Brot backen. Weil da drüben eigentlich noch was ist. Das sieht eigentlich nur nach Weizen aus. Mehr haben die hier tatsächlich nicht. Das ist echt eine traurige Ausbeute hier. Manchmal kann man ja auch billig irgendwas Gutes tauschen. Zum Beispiel könnte ich hier ein Dattel-Sappling kriegen. Für einen Emerald. Einen Emerald hätte ich mir hier auch billig holen können. Hier sind auch ein paar Kartoffeln. Das ist sehr nice. Kartoffeln, Kartoffeln. Was ich kann machen mit Kartoffeln. Ich nicht Weizen. Wir gucken gleich mal ins Rezeptebuch. Ich glaube die letzten, ja, fast acht Minuten muss ich dafür jetzt nehmen. Um hier tatsächlich noch ein paar Items zu kreieren. So wirklich viele habe ich ja nicht. Das heißt, ich werde jetzt ganz fix nochmal ein paar... War das so? Ja, ein paar Dingens machen müssen. Wie heißt das denn hier? Werkzeuge, mit denen ich dann was machen kann. Unter anderem hätte ich gerne einen Juicer. Einen Juicer. Einen Juicer. Juicer, Juicer. Juicy, Juice. Stein und Steinplatte. Okay. Gut, das mache ich ja hier gerade. Das braucht noch eine Weile. Dann kann ich nämlich einen Kiwisaft machen und dann wollte ich gerne Peanut Butter haben. Mache ich das nicht auch so? Na, sollte das mal werden. Kein Kuh. Ich sehe es ja da hinter dem Mikrofon nicht so gut. Peanut Butter, Peanut Butter, Peanut Butter, Peanut Butter. Auch mit einem Juicer. Genau, mit einem Juicer kann ich schon mal ein paar Sachen machen. Brot, 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 Brot. Ich wollte nochmal ein Brot backen. Ein Brot wollte ich gerne backen. Dann habe ich nämlich ein Toastbrot. Das Toastbrot könnte ich, glaube ich, auch mit Peanut Butter beschmieren. Scheiße. Hier Sticks. Ich glaube, einen brauche ich aber. Ich brauche was zum Verbrennen. Verbrennen ist das ganze Haus hier. Mir ist scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Das muss, das muss. So, jetzt haben wir ein Toastbrot. Und hier nochmal diesen jenen. Und wo ist meine Werkbank? Die ist da unten. Da von eins. Und hier von eins. Und schon haben wir den Juicer. Sehr schön, sehr schön. Deswegen kann ich mir damit jetzt auch eine Erdnuss-Dings nehmen. Ich weiß, dass ich Kiwisaft machen kann. Boah, mehr weiß ich gar nicht. Das hier ist auch ein Beat. Kartoffelsaft. Hier, jetzt haben wir einen Kiwi-Juice gemacht und ein Peanut Butter. Geht das jetzt schon? Kann ich da... Ne, da fehlt noch irgendwas. Das habe ich leider nicht. Das muss dann wohl so reichen. Sechseinhalb Minuten noch. Du da, du da. Was mache ich denn jetzt noch? Was mache ich denn jetzt noch? Ne, ne, ne. Moment. Hier wollte ich hin. Mehr Brot für die Welt. Ich weiß, dass ich da noch irgendwie Mehl draus machen kann. Aber ich weiß nicht, ob mir das was nützt. Weil Mehl an sich kann ich ja nicht essen. Was kann ich denn noch mit Brot machen? Brot, Brot, Brot. Bread. Bread. Was ich kann machen mit Bread. Ja, alle diese Dinge. 163 Items nur mit Bread. Cutting. Äh, Cutting. Ja, ne. Alter, 163 Sachen. Das ist halt immer dasselbe Item, so wie es aussieht. Und da seht ihr, wir haben vier Items für ein Item. Das ist natürlich nix, ne. Nützt mir gar nichts. Ach komm, das ist ja lächerlich. Äh, ähm. Was kann ich denn noch sonst machen hier? Ich glaube, ich behalte die, von denen ich nur eins hab. Mal, ich hab noch einen Curry-Leaf. Vielleicht kann ich noch irgendwas aus Curry machen. Und dann hab ich halt noch Steak, ne. Was kann ich aus Fleisch noch machen? Außer diese Brot. Brote. Stirfry. Da brauch ich auch so viele Items für. Ich mein, das wäre ja alles schöne. Burger kann ich machen. Aber dafür brauch ich alle diese Zutaten. Irgendwas Leichtes, Schnelles vielleicht. Wenn ich mich jetzt auskennen würde, ne. Dann wäre das alles gar kein Problem. Und wenn dieses Interface hier nicht so wahnsinnig lächerlich wäre. Und irgendwie 98 verschiedene Versionen von einem Rezept hier anzeigen würde. Dann hätte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr jetzt. Aber ich befürchte, dass ich da nicht mehr mal zu viel auftreiben kann. Ich glaube, ich werde jetzt einfach nur hier so ein bisschen rumrennen müssen. Werde das Fleisch und Brot, das ich hier hab, mal selber essen. Damit ich hier nicht verhungere. Und dann laufe ich jetzt einfach hier vorne nochmal in diesen Dschungel rein. Oder was das ist. Und gucke, ob ich da noch ein paar Gärten finde. Das Eisen ist ja auch nicht schlecht, ne. Zwei Eisen. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht brauche ich das nachher noch. Und wenn der Timer abgelaufen ist, dann wird das so sein, dass ich kein Item mehr einsammeln darf. Alles, was ich da noch einsammle, zählt nicht mehr. Ich hoffe, dass ich da Kontrolle drüber haben werde und hier nicht aus Versehen irgendwas einsammeln, was rumliegt. Und dann gehen wir zurück und dann zählen wir die Punkte. Vier Minuten habe ich noch. Das kann genug Zeit sein, um hier wirklich nochmal ein paar Gärten zu finden. Das da oben sieht gut aus. Das hier ist... Nein! Oh, fuck! Dieser scheiß Quicksand. Von dem ich nicht mal weiß, wie die Scheiße auf Deutsch... Scheiße, jetzt laufe ich wieder rein. Da könntest du doch kotzen. Treibsand oder sowas, ne. Noch einer. Und da vorne ist so ein Garten und da stehen die Punkte rum, weißt du. Da könntest du doch heulen. Jetzt laufe ich hier rum. Das da, das ist nämlich hier auch nochmal sehr schön. Für jeden... Für jede Facepalm, die unter euch jetzt geschlagen wurde, müsste ich eigentlich den Punkt abziehen. Das ist ja echt schon eine Zuschauerbeleidigung, was ich hier mache. Komm, bau ab. Da ist noch eine Tomate und eine Paprika. Hier sind noch ein paar Bärchen. Sehr gut. Das kann ich ja essen. Ich muss auch aufpassen, dass ich nachher nicht die neuen Items hier einfach weg esse. Das geht ganz schnell mal. Und ich renne jetzt einfach in die Welt hier rein. Das ruckelt dann aber mal ein bisschen. Weil... Da halt die Welt neu generiert wird. Was ist das denn? Das sind irgendwelche Bauten hier. Die lasse ich mal in Ruhe. Da gibt es wahrscheinlich super viel Essen drin, aber... Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo. Das sieht einfach nur aus wie ein Brunnen. Ne, da ist auch nichts runter und hier werde ich irgendwie vergiftet. Das möchte ich auch nicht. Ich habe ja noch zweieinhalb Minuten. Die möchte ich dann doch nutzen, um hier rumzulaufen und ein paar Gärten zu finden. In so einer neuen Welt ist das ja tatsächlich eigentlich kein Problem. Hier sehen wir das auch wieder. Zack. Cantalupe. Cantalupe könnte ich sogar essen, weil die haben wir jetzt zu Hause schon rumstehen. Und das Squash ebenso. Okra. Ich weiß halt nicht, was ich aus diesen Sachen so schnell machen könnte. Ich könnte vielleicht einen Salat noch zusammenmixen. Ansonsten ist die schnellste Art und Weise ja hier so einen Saft zu produzieren mit dem Juicer. Dafür brauche ich aber Früchte und nicht Gemüse. Pilz. Für eine Pilzsucht ist es glaube ich auch zu spät. Dafür habe ich Wassenhaft von diesen Beeren. Da hinten ist eine Wüste. Da finde ich glaube ich keine Gärten drin. Deswegen lasse ich das mal sein. Und werde mich stattdessen wieder in die andere Richtung begeben. Da ist ein Squid im Wasser. Es tut mir leid an alle, die Squids mögen. Aber auch die kann man hier schön essen. Habe ich auch gleich einen gekriegt. Sehr schön. Dann wollen wir hier auch nochmal versuchen, einen zweiten zu kriegen. Denn einen kann ich braten. Der andere kann ich roh lassen. Oh, ich sage fünf. Na gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Muss ich mich aber beeilen. Ich habe nur noch eine Minute Zeit. Ich glaube nicht, dass ich in der Zeit zurück finde. Irgendwo da hinten war es doch. Ich muss halt nur zu dem blöden Dorf finden. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier sind noch ein paar Gärten gewesen. Und ich habe mich, glaube ich, hoffentlich so verlaufen. Ne, da ist mein Dorf. Alles klar. Halbe Minute habe ich noch. Schaffe ich es noch, den Squid zu braten? Ich glaube nicht. Komm, bewegt dich doch mal. Jetzt haben wir schon diese Kackflippers an. Ab in den Ofen mit dir. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? 4, 3, 2, 1. Okay, das zählt nicht mehr. Und das hier ist dann auch mein Ergebnis. Da muss ich gerne mal gucken, was hier alles auch wirklich essbar ist. Das auf jeden Fall. Die Sachen sind alle essbar. Das auch Pilze sind nicht essbar. Da hätte ich ja vielleicht noch was draus basteln können. Der ist also an sich auch nicht essbar. So, das glaube ich auch nicht. Barley, oder? Doch, Barley kann man essen. Sehr schön. Kann ich denn auch Wheat essen? Nein. Das heißt kein Wheat. Kartoffeln, Cocoa Beans. Da hätte ich Schokolade draus machen können. Kann ich so jetzt aber leider auch nicht essen. Das heißt, weg mit den Sachen, die man nicht essen kann. Das kann man auch nicht essen. Das ja, 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 ja. Ja, das nein. Ja, 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 ja. Weiß ich nicht. Peanut Butter, kann man diese essen? Ja. Kann ich. Artichokken Oats. Müssen wir auch testen. Kann man auch essen. Sehr schön. Salz glaube ich nicht. Das hatten wir auf jeden Fall. Und die anderen Sachen kann man alle essen. So, das ist mein Punktestand. 2, 4, 6, 8, 9 mal 4 ist 2, 4, 6, 8, 9, 36, 37 Punkte. Das ist, glaube ich, nicht besonders beeindruckend. Musste ich leider zugeben. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Und wenn ihr meinen Punktestand schlagen wollt, dann könnt ihr das in eurer eigenen Challenge machen. Die könnt ihr mir dann gerne auch zusenden oder wie auch immer. Und dann gucke ich mir das gerne an. Oder ihr sagt mal euren Punktestand fair natürlich. Nicht wahr, nicht wahr, nicht wahr. Und dann bin ich mal gespannt, ob ihr es tatsächlich schafft, hier meinen Punktestand zu schlagen. Und dann habe ich so ein bisschen einen Vergleich. Ob das vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, wie ich glaubte. Aber doch, ich glaube schon. Habe hier noch irgendwas drin? Nein. Ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Ideen habt für eine neue Challenge, lasst mich das in den Kommentaren wissen. Ich bin gerade starving. Und dann mache ich das in der nächsten Challenge. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.